hallo liebe freunde der nachtes und der käuflichen liebe und herzlich willkommen zurück zu player und battleground und diesmal frisch im flieger mit mir gemeinsam der sky in klammern technischer fehler milch hallo so mein freund ich bin ein bug genau ist er ist kein ich bin ich bin der glitsch der gesamte so ein kinder für was war das ralf reicht oder so was der war cool die fand ich fand dass das mädchen fand ich übel cool ja den glitsch wird überall durchgelegt apropos durchgelegt wo lecken wir uns denn jetzt machen wir fliegen straight das trader drüben hin wie daraus wo wir gerade eben also in der ersten runde waren die wir aufnehmen wollten hier meinst du war das ja ich glaube schon irgendwo da dann drogen wir da passt schon so ja wir haben jetzt mittlerweile ist das auf meinem kanal die dritte folge zusammen mit sky und ich troppe wenn auch raus und in musik da muss sind in meinen folgen hat man dann ja auch mitbekommen dass bei sky ein technischer fehler vorherrscht ja ich habe sehr gern technische probleme ja bei ernsthaft bei der ersten ttt folge oder bei der erst beim ersten aufnahme abend eigentlich warst du ja auch komplett raus eigentlich ja wo ich muss ja direkt geradeaus runter was über den hat da sind halt nicht falsch du siehst du den blauen punkt denn die blaue ich bin falsch gedriftet von die kacke ist es so neblick da sieht man nicht mal andere fallschirme ja wenn da welche nebel lässt sich eigentlich echt geil spielen dieser man hat das ist jetzt noch nie vierer scope brauchst du extrem selten ein achter scope bringt dir eigentlich nichts es sei denn du hast wirklich jemanden der vor dir oben auf dem berg lang läuft dass du so genau den grauen himmel im hintergrund hast ich kann mich zwar nicht wehren aber wenn ich schaden krieg kann ich mich wieder heilen obwohl doch jetzt habe ich schon shotgun ich habe schon erste hilfe koffer und stufe 2 helm ich habe einen rucksack ohne ump ich liebe die ump 6,7 6 2 mm und nehme ich mal mit vielleicht brauchen wir die doch wegen ja auf jeden fall spätestens wenn man eine akm finden wobei 762 ist auch die die k die k benutzt die die sks ok hier ist nichts mehr ich könnte mein helmchen gebrauchen und eine vernünftige langstreckenwaffe das ist hier eine gasmaske schrotflinken joke ich habe immer noch keine ahnung was das bringt aber gut steht da dabei irgendwas mit ausbreitung von kugeln ist so sinnvoll ist es die frage hä ist es nur das ein ach so ich muss da hoch deswegen ist hier nichts ich würde sagen hä da waren doch viel mehr häuser auf der map und was haben wir hier war toll eine autoschrote egal nehmen wir mit letztens ein streamer gesehen der mit der mit dieser automatik schrotflinte und schalldämpfer drauf geschraubt hat ok hat deswegen nichts funktioniert er hat damit tatsächlich noch ein kill geholt zwei glaube ich sogar krass das erwartet man eigentlich nicht so modische baseballmütze wenn ich überlege in der letzten runde hier liegt noch eine ump bei mir ja ich komme auch rüber ich habe hier in dem haus wo ich gerade drin war warst du schon auch schon drin oder nicht da waren die türen auf jeden fall noch zu ich weiß ob du die wieder zugemacht hast also manchmal mache ich sie wieder zu und ein rucksack ach so ja unten rucksack liegt da war ich hier schon hier war ich schon okay ja wir können die tür noch eigentlich auflassen ich finde es immer geil kannst du von den leuten voll so fallen stellen wo du machst die türen zu dann kommen die da rein weil die denken da war noch keine und du hörst halt wenn die die tür aufmachen und wenn die dann bei dir reinkommen ja ab einem gewissen punkt im spiel funktioniert das halt nicht mehr warst du da unten in dem lagerhallen dings da schon da war ich noch nicht das übrigens auch die sieglung die wir vorhin gelandet sind ja habe ich auch gemerkt was ihr dem haus liegen noch ein paar schrotzen rum ja ich habe ja dann kannst du ja wenigstens money mitnehmen ja das könnte ich machen das stimmt aber ich habe jetzt auch schon genug ja vom klo nach was ach so 9 mm muni nehme ich gut okay wir leben noch größer schon ein gutes zeichen ja noch da wolltest du in munition vorne da irgendwo lag die rum alles hier nähe hier nähe die habe ich aufgesammelt ja ist auch egal ich habe ein paar schutz warst du schon oben ne da wollte ich gerade erster hier liegt nur stufe 2 rucksack für dich und shotgun money ok hinten auch unten zweifach scope für die ump das ist ganz sinnvoll ja ump schieße ich am liebsten eigentlich mit red dort wobei ich war ja zwei rucksack ja habe ich doch gerade gesagt da liegt der haus stimmig zugehört so ist genau auf der er wir müssen ein stück habe dann sollten wir direkt loslaufen oder ja dann können wir auf dem weg vielleicht noch so eine kleine siedlung irgendwie mitnehmen ich würde tatsächlich so richtung richtung südosten weil a kommen wir da direkt noch mal einer kleinen siedlung vorbei und b straßennähe gleich vielleicht auto war ich hier schon da war ich schon drunter das ist nichts mehr ich glaube in dem haus war ich tatsächlich aber auch schon drin das wahrscheinlich schon sieben minuten aufgenommen ist der wahnsinn läuft da hat es jetzt macht das grafik ein bisschen die grafik jetzt mal auf ich hatte die ja schon auf maß geschneidert gehabt dass ich alles selber angepasst habe jetzt aber mal die textur runter gemacht bei sky milch gibt es jetzt papi in der minecraft grafik ja das ist wie wenn manche leute ihre brille absetzen was sie dann sehen so ich gehe schon mal weiter so gefühlten nichts ja gut das liegt jetzt allerdings gerade tatsächlich an der map das liegt nicht an deinen grafikeinstellung ja das weiß ich hier gibt es nicht noch da ist die tür wenn man noch zehn sekunden dann kommt die ja aber bis bis die bei uns ist vergeht noch eine ganze weile hoffen wir es mal das hat mir sonst auch als gedacht und auf einmal zack war die zone dann da war ich mit half life in der in der safe zone und da wurde ich gekillt ja gut okay man darf es natürlich nicht übertreiben und man darf es nicht aus den augen verlieren es ist mir auch schon öfter passiert ja genau dass man einfach nicht auf die zeit gucken wie viel man noch hat und dann rennst du da rum und oh scheiße zone kommt ja wir gehen gleich weiter ich gucke noch mal eben dass hier so ein deutsch auch geil nämlich nimmse akm oh ja da fahr ich mein shotgun rausgeschmissen ja gut obwohl die shotgun behalte ich die ump kann weg die braucht kein mensch blasphemie dann droppe bei der monete nämlich die nämlich mit ja liegt drin ist da hier hinten sehr schön spättern hatten wir waren aber mit ja das ist bei mir so ein problem ich vergesse immer die granaten so mir die gar nicht weil ich damit eh nix treffen blau ist noch nicht mal an der küste wir haben es noch ein bisschen luft aber ich habe nichts an an vernünftigen scopes ich habe auf beiden meinen waffen red dot also ich habe keinen long range ich habe einen zweifachscope auf meiner ak da vorne ist einer direkt gerade direkt vor uns hat er sich hingelegt oder ist er weggerannt vermutlich hat er sich hingelegt da rechts ist noch einer ist ausgenockt der ist ausgenockt ja gekillt und der zweite kommt okay nimm alles mit wird keine beine hat rot punkt visier der hat ein 3er 1 für mich verbände energy drink das brauche ich nicht ist alles scheiße der hat ein 16 aber leider kommunikation dafür hat die noch was ich brauchen kann nein 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 alles scheiße verbände nehme ich mit weiter geht's okay wir sollten uns beeilen ja die erste zone matte ist noch nicht den schaden ich habe im notfall noch ein energy drink den ich dir gleich hast du warte kommt ein auto okay lass vorbeiziehen das vorbeiziehen ja ich habe mich hingesetzt ich bin ein busch hast du energy drink oder booster für dich dass du dir im zweifel ja habe ich weil im zweifel die erste zone kannst du mit dem booster noch locker wegstecken manchmal lachen wir die einfach in die bomben rein fahren einfach explodieren gibt es hier in den dingen eigentlich was manchmal ja stufe 1 rucksack ich mag jetzt sagen da kommen schon wieder welche aber das ist das flugzeug ja egal wir ignorieren das jetzt einfach mal aber schön gesehen gerade ja ich habe bloß den anderen nicht gesehen wo der auf einmal her kam der stand auf einmal mitten auf dem feld ja dass der saß oder lag auch tatsächlich vorher glaube ich da irgendwie wo warte mal hier ist noch 9 mm munition hier drin ist nix aber das ist das nebige nicht darunter werden weiter oder in der beginn weiter du musst halt echt glück haben dass das der gegner gerade vor so einem hellen hintergrund irgendwie läuft wenn jetzt siehst du dieser gebirgskampf vor uns wenn da oben jetzt einer laufen würde da wird in ihren 5 8er oder vierer scopes bringen aber im normalen gelände siehst du halt nix bluson ich tue ich ich zippel mir mal ein ja wollte ich auch gerade machen aber irgendwie wollte er nicht so ganz boostet energiegetränk bei mir das problem ich habe auf meinem monitor einen fleck und der fleck wenn der weiter weg wenn ich damit auf irgendeinen sohn weiter weg irgendwo so ein berg kam kommen oder so da denke ich da rennt einer okay ja gut so lange nicht plötzlich anfängst auf den fleck auf deinem monitor zu schießen über der bewegt sich ja dann wenn ich da drauf ziehe der haut ja dann ab weil der ist nicht direkt in der mitte sondern rechts irgendwo verdammt ich kriege ihn nicht ich kriege ihn nicht der dreht sich das viel zu schnell der hat obwohl das vorhin noch gesagt ich habe wieder die facecam vergessen sehe ich gerade ach egal leckt mich bleibt jetzt aus zur hölle ist die zone ja die wir haben noch einen knappen kilometer und wir dürfen direkt weiter das ist jetzt das problem wir werden jetzt der zone hinterher hechten ja das ist immer dass wenn man sich zu lang zeit lässt es ist das große problem was man dann hat dass man einfach nicht mehr hinterher kommen was kommst du dann gerade in der zone an und dann darfst du wieder weiterlaufen weil die sich gleich wieder bewegt wir bräuchten jetzt einen fahrbaren untersatz ja oder ein flugzeug flugzeug auch gut oder ein helikopter ja also das gibt es nicht du hast noch einen energy drink oder sowas nee jetzt nicht mehr ich hatte nur ein dann droppe ich dir jetzt eben ein watt macht dann haben wir nämlich beide noch ein ich musste mich direkt hoch und nicht option hast du ja ok und wir sind auf jeden fall gleich in der zone ich halte mich nur so ein bisschen rechts an der straße um zu gucken ob man auto oder sowas finden alles klar das wird schon gut ja aber wir deswegen drauf gehen wir brauchen ein auto oder motorrad es soll ja demnächst eine fahrräder geben habe ich mir sagen lassen ich würde jetzt erst mal weiter laufen wir sind gleich in der zone und dann können wir uns dann nochmal umgucken ich muss mich gleich heilen ich bin half life ja ich auch gibt es ja den schönen die schöne gestrichelte linie wo man sieht dass man genau auf die safe zone zu läuft quasi die kürzeste verbindung zwischen a und b das finde ich sogar gut gemacht das gibt es sonst nicht unbedingt so jetzt mal dass er nicht immer der beste weg ist es gibt nur selbst wenn du nicht auf die große karte guckst kannst du trotzdem sehen wo ist die zone und die bomben fickt euch ich weiß jetzt gerade nicht ob ich da vorne was gesehen habe auf 15 bis 25 irgendwas mit server group bekommen ja da steht wahrscheinlich wieder jemand auf dem team speak rum erste hilfe koffer bei meinem glück fällt mir jetzt eine bombe auf dem kopf aber das ist mir egal die verband kann ich nicht mehr benutzen erster hilfe koffer auch nicht dafür habe ich zu viel leben so genau müssen wir denn hin ich mag hier einfach mal irgendwo in der zone was ja alles klar wir haben noch 23 sekunden bis blau sich wieder bewegt ja das ist kacke wir sind so vielleicht ist da vorne bei der siedlung ein auto das ist die einzige chance die wir jetzt haben ich glaube wenn wir da nichts finden sind wir tot so ziemlich also von der entfernung könnte das gut sein ich meine ich habe noch verbände und ich habe noch einen erste hilfe koffer ja gut du könntest es noch schaffen ja theoretisch ist halt immer der unterschied zwischen theorie und praxis da sagst du was ja hab ich da gerade was gesehen ja ich glaube oder ja nein das ist kaputt das hat werden hätten auto das ist nur so eine schrottkiste die rome fahrbar ist blau kommt übrigens ja ich weiß ich bin schon wieder auf dem weg da sagt dann laufen wir bitte an mir vorbei da ich das definitiv nicht schaffe nimmt den dreier helm alles klar ja vielleicht finden wir auch noch ein auto ja da kannst du mir dann suche ich mir noch einen neuen aber nimmt in den dreier dann nimm du den zwei jahren zwei jahren gehabt so ja wir hätten wahrscheinlich deutlich mehr an der straße laufen müssen aber da vorne ist jetzt irgendwo auch straße wahrscheinlich ist nur ob da auch ein fahrzeug steht wahrscheinlich sind wir schon an fünf straßen fünf autos vorbeigelaufen im nebel wasser ja und haben die einfach nicht gesehen weil die so zugesmokt waren ja immerhin ich habe das sogar beide gekillt oder weiß ich glaube den zweiten habe ich glaube ich habe den ersten ausgenockt dann hast du den gekillt und ich habe dann den anderen blatt gemacht ich habe tatsächlich keinen kill gutgeschrieben bekommen dann muss die leider haben ja gut also stand zumindest glaube ich da dass du den einen gekillt hat das meine ich auch den ausgenockt haben aber da ist ja auch egal für das team ich glaube dass du stehst kannst du auch mal an der straße einen langlauf das ist noch ein auto unterwegs auf sammeln ich fahre dann einfach in die sichere zone und dann soll ich leck mich genau dann hast du kein stufe 3 hell mehr oder den mir gegeben hast bringt das überhaupt noch mit verbänden dagegen zu wirken ich glaube nicht lauf du weiter suche ein auto die fängt jetzt an so einen schaden zu machen den ich mit verbänden nicht mehr wegheilen kann ich glaube ich schaff's auch nicht bis in die zone wenn ich jetzt stehen bleibe wenn ich jetzt stehen bleibe und mich heil du schaffst das sterbe ich ich befehle dir das zu schaffen oh shit nee das wird kacke knapp sky ich bin so über den hügel drüber komm schon komm schon komm schon verreckst du jetzt gerade drei meter vor der zone ja na gut dann werde ich jetzt dann werde ich jetzt wahrscheinlich auch wenn ich das richtig sehe werde ich auf derselben höhe sterben wenn ich sogar schon einen meter vorher gott ja genau das wird geschossen oder war ja ach so ich wollte gerade sagen wir jetzt sind wir schon beschossen oh mein gott du hast sogar geschafft ja ich bin gleich da aber jetzt schießt einer auf gut er hat es jetzt nicht mehr schwer gehabt hier du hast du mir die richtung gewiesen ist egal so haben wir hätten wir hätten das sogar noch geschafft ich habe nämlich noch ein erste hilfe koffer gehabt hast du hast du die kills ja anscheinend habe ich zwei gilt okay vielleicht zählt ist als kevin ist aber ich den voraus genutzt habe ich also bei dem den du aus genug dass das war klar dass du den krass so unter mir und dann habe ich dann in der nächsten wieder genau weil ich bei mir hat sogar funktioniert alter geil